So, da sind wir wieder, nächster Tag. Ja, der Abend war ganz, ganz ruhig. Also wir haben ein bisschen aufgeräumt, haben die Forge gemacht. Da kommt jetzt auch schon ein Amboss raus. Haben uns ge... haben ein Fest gefeiert der Gaumenfreude. Und Proxy war sehr lustig zwischendurch. Hallo Proxy. Hallo. Was er damit sagen will, ich hab einen Konsolen-Bug. Und äh... Und Mucki hat ganz schön geflirtet bei dieser Partie. Hi Mucki. Moin moin. Mir wird der 2 in der Ecke. Ja, auf jeden Fall. Ja, wenn man weg ist vom Feuer, geht's einem gut. Ja. Ging mir eben auch so. So, wir brauchen... Ressourcen. Wer noch federn will, ich leg mal noch 40 da in die Kiste, ne? Ja, ich hab noch welchen bei. Nur so informativ. Wir brauchen Ressourcen, alles. Ja, fast. Ein bisschen Clay auch. Hauptsichtig Wasser jetzt mal. Auch für Kabilstone. Und Steine. Konsolenkäfer. Wie widerlich ist das denn? Konsolenkäfer, ja, ja, genau. Ähm... Also nicht. Erstmal alles wegen Spikes und Absicherung. Ich mach mir mal erstmal einen Schlafsack, ne? Und äh... Einen Schlafsack wäre gar nicht so verkehrt. Fehlt mir gerade mal auf. Irgendwas fehlt mir hier so rein optisch an der Leiste oben. Ja. Das ist richtig. Der wäre gar nicht so verkehrt. Die 20 Sekunden können wir uns. Dam, 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 dam. Das ist mir zu hoch. Ach, und... Und Joka, ne? Als... Als Ressource. Jo. Alle alles oder aufteilen? Äh... Alle alles. Alle alles. Ich bräuch jetzt erstmal ein rotes Höschen zum Anziehen, damit es nicht mehr so warm wird hier. So. Hallo, Morgensonne. Ich schau mal Richtung Wüste, ne? Auch wegen Joka und so noch. Jetzt... Tankstelle hier noch richtig leer, dann ist die auch durch. Ähm... Die Autos. Wenig, wenig kämpfen, ein bisschen sicher bleiben, äh... Falls ihr ne Schreierin seht, äh... Bescheid sagen, ziemlich schnell. Falls ich ne Schreierin sehe, versuche ich so umzunieten, bevor sie noch zweimal schreit. Okay, und dann, äh... Wegrennen, natürlich. Vorher bitte Bescheid sagen, weil... Joa... Es ruckelt hier schon mächtig, das gefällt mir schon nicht. Ja, dann spawnt gleich ein bisschen was. Mir fehlt noch die Hunde... Hundehorde und so. Sag nicht! Beschreis nicht! Nicht? Rote Höschen darf nur einer. Hast du gehört, Proxy? Mhm. Also, falls so einer mit Händler mehr machen mag, hier haben wir ne Bank. Okay, da müssen wir dann mal gucken. Oh, ein grüner Cop. Hier ist ein Bookstore. Noch ein grüner Cop. Okay, ich geh da besser nicht rüber. Ja, die laufen hier irgendwie überall rum. War hier ein Razzia? Razzia. Razzia. Razzia Fantazia Razzia. Überall Cops, ey. Erstmal kleinen Kram sammeln. Die spucken. Ja. Wir haben wahrscheinlich gestern zugekommen. Fahrt mich nicht. Im Proxyzweil muss man eine Ausnahme machen. Ich bin ja froh, dass er für eine Hände im Schlifffach rumläuft. Ja, das ist wichtig. Bekommt da eben, äh, eben einen blauen Rock. Ach, geht ja auch nicht. Erstmal ganz viel gefahren. So, ja. Erstmal. Sehr geil. Also, falls gleich irgendjemand auf den Gedanken kommen, äh, kommt wirklich, äh, ein bisschen an Ressourcen zu graben, ne? Also, sprich, leben und so. Hm. Äh, eine Schaufel war in den Kisten drin, ne? Mhm. Hat mir gerade eingefallen. Hab ich jetzt gar nicht so gesehen. Okay. In der Oberen hab ich noch gar nicht gesehen. Du Bogen, du Bogen, du Bogen, du Bogen. Hast du in dem roten Café hier schon drin, Aldo, oder oder davor? In dem einen war ich drin, aber halt mich hundertprozentig durch. Ich glaub, ich hab noch zwei oder drei Schränke nicht. Wurde dann halt zeitlich. Nimm mal rein, ne? Also, in der Küche. Bogen, aber noch zwei. Leder? Ne, oder? Mitnehmen. Boah, leck. Wurzeln. In der Not machen wir uns Lederrüstung oder so, weil das hilft ja ein bisschen mehr, ne? Leer, leer, leer. Es ruckelt hier ganz keine Hefte hier. Ah. Seid sehr vorsichtig. Aber der Wellensittich bleibt weiter wie wir haben. Ja. Bleib da. Oh, ich bin in den Kopf. Ey, Dinger. Ach, jetzt mal. Das war er noch nicht. Also, liebe, liebe Jungen, liebe Mädchen, man sollte sich nicht mit, äh, Judisten annehmen, ne? Wenn ihr das seht, aber nie, wie ihr die Leider sagt. Das tut man nicht. Das tut man nicht, nein. Soll ich jetzt grad mal... Ich hab' Buddhisten oder Nudisten gesagt? Was? Was hab' ich gesagt? Äh, ich hab' gerade einen Kopf am A, A, B, B, C... Ne, das heißt ACAB. Das heißt, scheiße. Äh, Cola, Bier. Ich weiß jetzt nur nicht, ob's ein Leichtspucker war, oder ob's ein normaler Spucker war. Oh, wenn's ein normaler Spucker... Oh, Schreierin. Abhauen. Lalalalalala, du hast mich nicht gesehen. Lalalalalala, ich werd' jetzt wieder gehen. Wir haben ja auch hier ein bisschen zu viel Latenz, als dass es mir jetzt Spaß machen würde, mich mit dem anzulegen. Äh, was solltest du noch nicht? Alter, Spiegel. Das rote Café ist denn jetzt leer? Der Digga geht. Das hab' ich noch nicht trinky trinky geholt, also irgendwie ist das, äh, gut gelaufen. Haben wir eine Müllkiste? Nein, du sortierst. Jetzt schon. So, wo ist denn hier Wasser? Da hinten ist Wasser. Dann geh' ich mal Wasser holen jetzt. Ja, holen wir mal Wasser. Direkt, und ich renne dann mal vielleicht am Kopf vorbei. Was ist das, das, das? Gut, ein Shotgun. Was kann das sein? Nein, nein, nein. Pillen, Boxen, Hardwareladen, Glossary. Ja, da ist schon einiges. Ja. Boah, mir wird ganz schön warm. Schatzkarte. Das gibt doch schon nie was. Was ist das? So, überlegen wir. Wetten, ich hacke jetzt die Tür weg und dann kommt ein Hund raus. Bestimmt. Könnte passieren. Wo bist du denn? Äh, bei der roten Bar, die du angefangen hattest. Okay. Beisoldaten? Oh mein Gott. So, dann geh' ich da mal ein bisschen auf Ressourcen. Ja, ich bin eh schon wieder fast voll. Gut. Kann man auch mal rafan wollen. Blutgang. Wer zuerst nach der Müllkiste fragt, muss sortieren. Sehr interessant. Ja. Ist so. Na ja, Zombie, gibt's aber wie Sand am Meer bei euch. Irgendwo muss ein Chor in diesem Gebiet genannt sein. Äh. Okay, genau. Was wollte ich? Ich wollte skillen. Schaut's mit einem Mining Stix-Dininer aus. Gut. Was bringt dir denn? Mining Stix-Dininer? Jetzt wo ich gröberin klebeherlaufe, könnte ich hier nochmal ein bisschen buddeln. Bringt dir mehr Holz und mehr Stein. Ja, aber nur mit, äh, mit den Eisenwaffen und so. Doch, auch mit den normalen, oder? Ne, mit den normalen, das ist einseitiger Mechaniker. Okay. Deswegen ist man so bad mechanics. Ja, genau, bad mechanics, weil den folg' ich nämlich dann auch noch. Na ja, gut, aber, äh. Weil ich noch nicht davon ausstieg. Bordsteilung kann man jetzt auch machen. Ja. Und dann kann man auch Werkzeug machen, vernünftiges. Und dann, ja. Aber ich geh da vom Anfang erstmal nicht aus. Ja. Ja, wie. Erstmal hätte ich mir auch hier ein anderes reingelegt. Mausi, du musst nicht, aber irgendwie hat sich das so ausgelegt. Weiß gar nicht, warum. Aber, na ja, du machst das auf jeden Fall gut. 84, ey. Das ist mir ganz viel runter. Wo ist die Müllkiste? Du sortierst. Guck einfach die Kiste, wo zwischendurch Sachen bei sind, die man nie braucht. Ja, das ist dann Proxysmullkiste. 140 Clay. Lumble, ey, mach, nee, so siehst du nicht aus. Ganz viel Holz. 200 holz. 200 holz. Weißt du, wie lange sortieren aufhören? Oh, nochmal glücker. Ja, ich weiß. Person, die sortiert ist die einzige, die sucht, dass sich das richtig ist. Außer man versteht, äh, wie diese Person tickt. Ja, ich sortiere meistens nachts. Ich darfst du aber einfach nur reinmüllen und dann... Ja, dann mach das doch. Wer sagt nur was anderes. Nachts. Wie ich dich kenne, schmeißt du die ganze Kiste dann auf den Boden. Du sortierst nur nackt. Meinst du, ne? Klee, lege ich mal in die, äh, Forge, ne? Äh, nicht nur, ne? Muss. Ne, nicht aktiviert, nur mal reingelegt, so. Dass man sie nicht übersieht. Das ja, das ist gut. Ähm, so, jetzt haben wir wieder 155 Iron. Guck, ich würd ja gern da reingehen, aber ich weiß nicht. Äh, wir müssten, wir müssten noch die... Das Haus neben uns. Ian. Ah, stimmt. War aber das erst, ne? Wer sei es das? Ja. Dann bin ich auch nicht so weit weg. Jetzt komm ich gleich mal raus. Ach. Ich klopf mal, dann wachen sie schon mal auf. Ja, klopf mal. Wird sie wieder feucht hier. Da hinten ist Militärzombie, der kommt. Ja, der ist wach geworden. Der ist definitiv wach. Der da? Ja. Innen drin ist auch jemand aufgewacht. Doch. Redelt er trotzdem, aber nicht besonders bei dir. Ach, Mann. Ach, komm. Was? Blackhop gar nicht. Okay. Hä? Hat sich abgewegt. Jetzt kommst du wieder. Wollt ihr nicht rauskommen? Nein, ich konnte noch nicht rauskommen. Ich spiel gerne mit einer Wand zwischen mir. Und dir. Jetzt aber. Mach sie alle. Achso. Erledigt. Wird immerhin schon mal so ein kleines Löchlein gemacht für uns. Ich sehe schon einen. Nebenzimmer. Hier ist keiner mehr. Oh. Ich glaube, er ist gleich gestorben. Ach, das war eine dichte Mutti, die ist mit einem Schuss gestorben. Hier ist noch ein Skater. Was bescheiden die Beine? Bringt das was? Der spürt nichts. Nee, der spürt nichts. Ah, okay. Ein Zombie namens Wanta. Okay, hier oben liegt einer auf der Mauer. Ist das ein sneaky Bonus? Oh. Auf der Mauer liegt ein kleiner Zombie. Ach, kommt. Ach, wird. Jetzt steht der schon und trotzdem wackelt der Kopf. Der weckt nach einem anderen Zombie auf, der da drin ist. Keiner nach dem anderen. Geh nicht so weit vor. Da sind auch Holz dazwischen. Nein, ich meine, damit ich dich nicht treffe. Ach so. Baum. Baum immer auf die Stimme, ne? Hippie. Ich habe wieder gepunktet. Tötöt. Der ist noch einen Schlafraum, den man nicht gesichert hat. Okay, frei. Ja, und das Dach. Hier ist eine Krücke und ein Glas. Wow. Und ein Klo mit murky water. Ja, auf dem Dach ist auch noch einer. Und, oi, ein Sandwich und ein Pins. Kommst du bis hier oben? Kommst du zurecht oder? Äh, ich habe keine Feinde mehr. Okay. Na, Moment. Dann mach mal einen Schichtwechsel. Ja, mach mal kurz einen Schichtwechsel, damit ich bin da. Au. Oh, jei, 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 jei. Ich bin wechselt. Erfolgt. Bisschen kopflos. Jetzt ist mein Bogenbuggy. Ich finde es geil. Jetzt nicht mehr. Oh. Was war das? Ein kaputter Motor-Generatorbank. Neun. Scrap Island. Ja, ich habe nur Bench. Er sollst nix, ne? So. Bench ist auch nicht weg. Ja. Haben wir nix. Dann darfst du dann mal ein paar Fehlern entnehmen, ne? Ich war schon jemand für den Betonmixer. Wir sind ja ambitioniert, ne? Fische Glute. Wie kriegen wir uns zu sagen? Äh, Küche war ich. Wunderbar. Hier ist Bett, kannst du Auseinander nehmen? Der macht vernünftige Sachen, mit der. Autos. Nö, beim Bett bist du mit den Fehlern aber auf sicherer Seite. So, wichtig ist, ähm... Theoretisch machen wir dann oben Übergang. Hier rüber? Ja. Ja. Ein Schlumpf ist besser als, ich glaube, dein Schlumpf. Das wärst du hier vor. Ich brauch Steine, sehe ich gerade. Ähm, und gucken, dass wir, äh, hier dann auch irgendwo einen Ausweg haben, oder? Einfach nur zum Absichern, dass wir rübergehen. Puh. Weil dann müssen wir das nicht zumachen, also zumachen müssen wir es sowieso. Also ich hab mal die Treppe weggemacht, dass wir das nicht hochkommen. Ja. Ja, dann können wir immer noch überlegen, was wir hier unten machen. Ich brauche Steine. Ich geh auch noch mal für Ressourcen. Ach Gott. Ja, Steine bräuchte. Äh. Machen wir eine neue, weil ich glaube, ich bin jetzt eh höher. Haben wir irgendwo Steine noch? Ich hab eben keine gesessen, sonst hätte ich mir jetzt schon welche gemacht. So richtig hab ich auch mal keine gesehen. Bei den Bädagnen. Vorhin und wieder kommen Ressourcen Steine zum Vorschein. Da vorne rechts ist einer. Na ja, fast gut abgesehen, ne? Eine zu fair. Ja. Dicke. Keine Stamina mehr. Muss ich mal kurz wieder aufladen. Ja. Ja. Wenn du den Dex lockst, brauchst du, dann geh ich mal kurz hier rein ins Haus. Tut dich aus. Alles so schlecht aus, ne? Das heißt, danach ist sowas von weg gelockt, wie ist es sogar in Yirvana. Darüber. Da ist sehr schlechte Sicht. Und hier könnten wir mal runter. 108 Steine. Na ja. Na. Meine Keule ist noch zu schlecht. Vier Schläge. Ah, hier, 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 hier. Das kann ja was werden. Die Scrabby-Keule. Wo bist du denn da? Links in dem Haus? Ich bin ja gerade am Hardware-Haus, ja. Da vorne am Ecken? Ah, da ist doch was. Mhm. Hürz, hürz, hürz. Bei ca. steiner muss ich gleich nachher noch hin. Und er ist noch nicht tot, ne? Ne, jetzt aber. Tod? hört sich gut an du hast ein pfeil im kopf stecken ich dachte was ist das denn guck dir mal die mama ich mach mal ein screenshot von dem pfeil im kopf bei dir was macht ihr da weglaufen was macht ihr nichts wir kümmern uns um die mutter und er hat ein pfeil im kopf stecken ist das wenigstens nur nil gibt uns mal die zugangsdaten zur webkonsole könnten hunde sein nur so informativ hier sind noch zwei im erdgeschoss in welcher seite habe ich schon noch schickt er hat mich ja hat er mich daran am schlag aus ohne sahne aber direkt mit blut und das hat mich überrascht okay alles noch raus was verdammt sagt aber gab es schon ganz ja weiß gott nicht wo die sind wir laufen keine zammies runde das lecken ist echt nervig das lecken nicht das lecken aus das leckst und keine experimenten das letzte hat sie ja jetzt kommt da noch einer ich habe nicht mehr viel money ein steingriff und hatte ich hier nicht eben noch so angefangen mr hawaii hemd mein gott mr hawaii hemd er hat sich aber nicht gut angehört ein fisch guter nehm ich doch mal gleich ich hätte nämlich hunger ah hundefutter war es na gut ich brauche feile verdammt ach der war im hinterstübchen ok ja ja ich verstehe der hat sich durch die tür geboxt wir haben einen respawn da ist wieder einer ich muss mal gerade einen penkiller nehmen sonst bin ich gleich ganz weg ich muss mal kurz weg hier ich habe echt ein problem bei den lecks ist es ein bisschen gefährlich ja der hund hat mich erwischt wenn ich mich nicht irre ich habe nur acht leben neun ich bin auf dem weg ich bin auf dem weg ich bin auf dem weg der kann nur gerade auf mich zu während ich gerade alles war mist sorry ok ja ja ich habe es mitbekommen hätte ich nicht eben schon die blutung gehabt was was wie du fieser Möpp hi Meck ja gut ähm Leute bei YouTube wir sehen uns dann beim nächsten Versuch tschau 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 w ho